Okay, bevor ich mit dem richtigen Video starte, muss ich einen kleinen Shoutout an Rifty Beats machen. Der Dude hat mich die Nacht angeschrieben, wie es aussieht, ob ich Bock hab, ja, heute ist Silvester, wie man es hört, ob ich Bock hab, ein paar seiner Beats zu benutzen und dafür vielleicht ein bisschen Werbung für ihn mache. Checkt auf jeden Fall mal den Kanal in den Kommentaren aus, der macht geile Dragon Ball, Z, Dragon Ball Super Remix und so, Hip Hop Style und so, auch Trap Remix. Checkt auf jeden Fall mal ab, lasst ein Abo bei ihm da und jo, alles klar. Kommen wir zum richtigen Video. Und zwar, ich möchte mich für das Jahr 2017 bedanken. Das Jahr 2017 hatte Höhen und Tiefen, es lag aber auch einerseits an mir, weil ich halt doch eine Zeit lang sehr inaktiv war und ja, das ist klar, wenn man merkt es so krass, ist man irgendwie ein, zwei Monate inaktiv auf YouTube, macht gar nichts. Die Viewerzahlen, die sinken enorm. Ich hatte im August, Juli, August, hatte ich durchschnittlich 300 bis 400 Viewer im Stream, ja. Man kam nicht hinterher, das war heftig. Ich hatte sogar zum Super Saiyan Figo Gator Stream, hatte ich 918 Viewer. 900 fucking 18 Viewer. Ich habe da innerhalb von vier Tagen knapp 4000 Abonnenten gemacht, was absolut heftig war. Und dafür möchte ich mich bedanken. Und besonders bedanke ich mich mal denen, die immer noch aktiv sind bei mir. Die wirklich aktiv geblieben sind, obwohl ich so ein aktiver Spasti war und kaum was hochgeladen habe oder gar nichts hochgeladen habe. Kaum gestreamt habe, okay, ich kann momentan nicht richtig streamen. Wegen meinem Schatz Internet und ihr wisst ja, Pure kümmert sich nicht drum. Ich würde gerne mehr streamen, aber ich bin manchmal zu schnell tiltet und in letzter Zeit habe ich halt ein bisschen Fortnite gestreamt. Und auch da waren einige aktiv. Okay, das waren meistens immer nur so 20, 30 Viewer. Aber das ist doch scheißegal. Die Leute, die trotzdem zugucken, obwohl ich kein Dock am Bett oder irgendwas mache. Ihr seid absolute Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Ja, es sind auch Frauen dabei. Dann geht auf jeden Fall ein dickes, 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 fettes Danke wie immer an Vincent. Vincent ist wirklich seit 2008 immer da gewesen und so. Wir haben uns noch nie in Real Life getroffen, aber Vincent ist halt... Es ist Vincent, Mann. Ich liebe den Bengel enorm. Ohne den geht es halt nicht. Dann geht ein dickes Shoutout an all meine Mods. Wenn ich jetzt alle Namen aufziehe und vergesse dann zwischendurch einen. Das ist halt scheiße. An Julian geht ein dickes, fettes Shoutout raus. Derjenige, der ständig meine Designs macht, meine Layouts, dies, das. Und wir chillen halt viel zusammen, wir zocken viel. Auch an Shani geht ein fetter Gruß raus. Auch wenn er immer ein kleiner Spasti ist und ein kleiner Faker, der mich immer gerne nachmacht. Trotzdem ist er ein cooler Dude mit seinen 17 Jahren. Ja, ich grüße auch Axel, mit dem ich momentan auch sehr viel zocke. Ich würde ja auch meine ganze Familie grüßen, aber wer guckt davon großartig meine Videos? Ich möchte mich wirklich einfach mal vom ganzen Herzen bedanken für dieses Jahr 2017. Wie gesagt, Höhen und Tiefen. Ich versuche wieder mehr aktiv zu sein. Ich lade ja schon aktive Videos hoch. Ich habe die letzten Tage gestreamt. Morgen werde ich ausstream. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Nee, eigentlich wollte ich nur ein kurzes Dankeschön aussprechen. Ja, wie gesagt, 2017 war heftig. Höhen und Tiefen. So in letzter Zeit, meine Viewerzahlen sind zwar enorm gesunken, aber das ist nicht schlimm. Ich arbeite mich wieder hoch. Ich versuche so aktiv zu bleiben, dass es halt wieder größer wird. Aber wie gesagt, an alle Leute, an alle Leute, die wirklich in letzter Zeit trotzdem bei mir aktiv die Videos schauen, die meine Streams schauen, die mich supporten, die ganzen Donater bei mir. Genau, ich muss mich dann noch bei Crystal bedanken. Der hat über, weiß ich nicht, 600, 700 Euro dieses Jahr donated für mich. Denn Sepp hat viel donated für mich. Der hat auch über 140 oder 150 Euro donated. Denn Kneissi hat eine Menge donated. Dann Jessica, a.k.a. Mero-Chan, hat viel donated. An euch auf jeden Fall auch ein dickes, dickes, fettes Dankeschön. Ich, genau, ich grüße noch Stratos, der eine ganze Weile meinen Discord-Server allein geschmissen hat als Alpha Cake. Da auf jeden Fall auch ein dickes, fettes Dankeschön dran. Ich grüße alle aus meiner Anime-Community. Ich grüße alle meine Freunde. Falls irgendjemand davon dieses Video sehen sollte, ich grüße meine Familie. Ich liebe euch alle, ja. Vielen, vielen Dank für dieses Jahr und ich hoffe, dass 2018 noch besser wird. Wird schwer, wenn man, also 2018, den Sommer von 2017 zu toppen. Ich hoffe, ich kriege es irgendwann hin, die nächste irgendwann mal eine scheiß Fritzbox zu bekommen. Oder halt irgendwie generell, dass mein Internet gefixt wird. Ansonsten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert nicht zu doll. Lasst es euch gut gehen. Ja, und wir hören uns im Jahr 2018 wieder. Bis denn. All of you all. All of you all.